Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge verrate ich jetzt noch nicht, denn ich habe eine kleine Ankündigung. Wir werden den Podcast ein bisschen umstrukturieren, das heißt meine Solo-Folgen werden in Zukunft sehr kurz, 5 Minuten, 7 Minuten, um eure Fragen zu beantworten. Jede Folge, jede Solo-Folge hat also in Zukunft eine Frage von euch und meine Antwort dazu, sodass ihr das beim morgendlichen Kaffee gleich als erstes euch reinziehen könnt und das irgendwie eine Relevanz hat für euren Tag. So hoffe ich zumindest. So, das bedeutet, ihr könnt mir eure Fragen stellen, ganz einfach über genius-alliance.com, also geht auf unsere Website. Dort unten rechts findet ihr einen Live-Chat-Button, einfach da aufklicken, uns eine Nachricht schicken, eure Frage da reinschreiben. Schreibt uns bitte auch rein, wie dringend ist die Frage? Also wenn du jetzt eine Frage hast, nützt es ja nichts, wenn wir das irgendwie produzieren für in 5 Wochen, sondern die Frage willst du jetzt beantwortet haben. Deswegen schreib rein, ich brauche diese Antwort bis morgen. Ja, lasst uns ein paar Tage Zeit. Und dann werden wir das priorisieren, vorziehen, im Redaktionsplan entsprechend berücksichtigen und, jetzt noch ein ganz heißer Tipp, wenn ihr ein Startup seid, wenn ihr, weiß ich nicht, Experte, Expertin für ein ganz bestimmtes Thema seid und ihr habt eine Frage, stellt diese Frage doch einfach als Voice, schickt uns diese über diesen Live-Chat als Voice-Message und, und jetzt kommt der Hack, weist auf euer Unternehmen hin. Ja, sag ich bin Herr oder Frau von und zu vom Unternehmen, am besten noch mit einer URL. Dann macht ihr so ein bisschen Werbung, könnt ihr reich, weil ihr dieses Podcast nutzen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Fragen stellen. Ja, also wenn diese eine Frage für euch beantwortet wurde und ihr das cool findet, dieses Format, dann könnt ihr natürlich auch mehrere Fragen stellen. Und, nicht vergessen, immer eure Company erwähnen. Also das als kleiner Hack, das biete ich euch hier an und heute werden wir gleich anfangen mit einer Frage, die ich sehr spannend finde. Wie finde ich den richtigen Preis? Ist ja immer so eine Frage, ne? Also ist das der richtige Stundensatz oder ist das der richtige Preis für mein Produkt? Darum soll es heute gehen und deshalb machen wir eine kurze Unterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen und den zukünftigen kurzen Shots an Fragen beziehungsweise Antworten. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Los geht's. Wie finde ich den richtigen Preis? Das ist natürlich erstmal in erster Linie eine Kalkulationsfrage. Du musst natürlich schauen, wie groß ist dein Team? Bist du allein? Hast du schon ein größeres Team in deinem Unternehmen? Dann ist das natürlich immer eine Frage. Der Preis muss ja letztendlich auch eine Kalkulation darstellen, die sich für dich rechnet. Also nicht nur deine Nebenkosten oder deinen Waren- oder Zeiteinsatz abdecken, sondern du brauchst natürlich auch eine gewisse Gewinnspanne, weil du willst ja auch expandieren. Du willst dein Produkt ja besser machen. Du willst den Nutzen für deine Kunden erhöhen. Also muss ich natürlich auch deinen Preis entsprechend gestalten. Also das ist erstmal die Grundhausaufgabe, dass du verstehst, was ist eigentlich mein interner Stundensatz und was muss ich nach außen mindestens verkaufen, um kostendeckend zu sein. Jetzt geht's aber noch darum, jetzt hast du eine gewisse Expertise, eine gewisse Exklusivität auf Wissen. Auch das muss sich im Preis wiederfinden. Wir reden jetzt erstmal über Stundensätze, ganz klassisch. Und diese Expertise bedeutet, wenn du eine der wenigen Personen bist, die dieses Thema bearbeiten kann oder wenn du ein sehr breites Wissen hast, weil du einfach schon viele Jahre Erfahrung hast, dann darf sich das alles in diesem Preis widerspiegeln. Was viele falsch machen ist, dass sie sich unter Wert verkaufen zum einen und diesen Preis nicht verteidigen gegenüber eines Kunden zum Beispiel. Der Kunde sagt, ich habe ein Angebot von dir bekommen, du kostest 300 Euro die Stunde, ich nehme jetzt einfach einen Preis und ich kaufe von dir 10 Stunden ein, dann sind das 3000 Euro. Ich hätte gerne einen Rabatt von 25 Prozent, damit wir zusammenkommen. Und die meisten gehen her und sagen, okay, ich gebe dir 25 Prozent, ich will unbedingt diesen Job haben, verhandeln vielleicht noch 20 Prozent raus. Aber was passiert ist, dass dein Preis, dein Stundensatz entsprechend gesunken ist. Und das ist der Tipp, den ich dir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Verhandle oder verkaufe keine Rabatte. Sag, okay, wenn Sie der Meinung sind, wir brauchen ja einen anderen Preis, verstehe ich das. Dann lassen Sie uns versuchen, das Projekt so zu gestalten, also Win-Win-Situationen schaffen, das Projekt so zu gestalten, dass wir nicht 10 Stunden brauchen, sondern 8 zu dem selben Stundensatz. Warum ist das so wichtig? Der Stundensatz oder den Stundensatz zu verteidigen, ist in die Zukunft gerichtet. Wenn du jetzt 25 Prozent Nachlass gibst oder 20, dann wirst du den auch in Zukunft geben müssen. Und dann kommt irgendwie ein neuer Abteilungsleiter, also dein Kunde geht irgendwie in den Vorruhestand, Abteilungsleiter, neuer Abteilungsleiter kommt, der wird die Preise verhandeln wollen. Und dann redet der nicht über deinen 300-Euro-Stundensatz, sondern über die 300 Euro minus 25 oder 20 Prozent. Und davon ja auch nochmal einen Rabatt, weil er ist ja jetzt oder sie ist ja jetzt ein neuer Chef, Chefin und möchte sich natürlich behaupten und sagen, hey, guck mal, ich habe den Lieferanten nochmal um 10 Prozent reduziert. Also, mache Zeit und Geld zu den größten Verbündeten. Das ist mein Motto an dieser Stelle. Versuche also immer über die Leistung zu sprechen und versuche deinen Kunden mit in die Pflicht zu nehmen. Du kannst Rabatte geben, aber nicht Rabatte auf den Preis, sondern immer auf die Leistung. Also committe dich mit deinem Kunden und sag, okay, wir machen das nicht in 10 Stunden, wir machen das in 8 Stunden. Ich habe dazu folgende Vorgehensweise entwickelt. Und das ist der springende Punkt daran. Und genau das Gleiche gilt auch für Produkte. Versuche deine Produkte möglichst, gilt übrigens auch für Services, also für Dienstleistungen, immer als Premium-Produkt aufzubauen. Das muss aber auch Premium sein. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzungen teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1 zu 1 Startup Mentoring, Startup Your Growth entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssicher in den Markt etablierst. Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin oder den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Also wenn Preis-Leistung irgendwie nicht in einer Symbiose, in einem wirklich fundierten Zusammenhang steht, dann hast du ein Problem. Das heißt, du musst ein Premium-Produkt draus machen. Also wenn du Turnschuhe entwickelst, verkaufst und zufällig Adidas heißt oder wie sie alle heißen, Puma, Nike, dann musst du das einfach auch die Qualität haben, damit das diesem hochpreisigen oder diesem hohen Preis entspricht. Also du musst die Qualität liefern. Stimmt die Qualität nicht, kaufen die Leute nicht. Genau das Gleiche wie wenn du deine Online-Reputation aufbaust und sie ist nicht glaubwürdig oder du bist gerade am Anfang, dann kannst du halt nicht 300 Euro verlangen. Also es muss absolut glaubhaft sein. Und kurz mal in meine Historie reingezoomt. Am Anfang hatte ich natürlich auch als Greenhorn, fängst du gerade an und so weiter, da hast du natürlich auch einen niedrigen Stundensatz. Aber du arbeitest für ganz viele Auftraggeber, tolle Projekte, hast unfassbar viel Erfahrung, dein Wissen wird immer breiter. Du kannst viel mehr helfen auf der Kundenseite und dann darfst du dir das auch bezahlen lassen. Warum? Weil ich möchte mich natürlich auch dann fokussieren auf das Projekt. Ich will da nicht 15 andere Projekte nebenher machen müssen, damit ich irgendwie meinen Profit verdiene oder meine Kostendecke, sondern ich möchte mich natürlich dann fokussieren. Und ganz wichtig, mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten, heißt, du hast gleichzeitig einen Filter. Super wichtig. Du willst ja gar nicht die Kunden haben, die mit dir über 60 Euro Stundensatz diskutieren. Die willst du ja gar nicht haben. Du willst denen ja gar nicht erklären müssen, warum das 300 Euro kostet. Sondern du willst dich an die wenden, die sagen, das ist mir wert. Ich möchte jemanden in meinem Coaching oder als Mentor oder als Berater, Beraterin und so weiter haben, der mir in einer Stunde so viele Sachen gibt, dass ich diese Aufzeichnung, dieses Coaching, dieses Mentorings einfach immer wieder anhören muss, damit ich alle Sachen rausnehmen kann. Dann ist das für mich 300 Euro wert. Wenn ich 60 Euro habe und die Halfte der Zeit ist das irgendwie so ein Geplänkel und Fragen stellen und so weiter und da kommt irgendwie nichts bei rum. Du hast kein Ergebnis. Dann ist das einfach nicht der Wert. Und du möchtest mit deinem Kunden einfach nicht diskutieren. Du willst nicht über Rabatte diskutieren. Du möchtest nicht über 60 oder 90 Euro diskutieren, sondern du möchtest, dass dein Kunde anerkennt, dass du ein Know-how-Träger oder eine Know-how-Trägerin bist. Und das bedeutet, es muss sich widerspiegeln. Das heißt, den richtigen Preis finden ist eine ganz fein justierte Aufgabe, die du hast. Und wenn der Preis nicht stimmt, kaufen die Leute nicht. Also wenn dein Umsatz nicht gemacht ist, kann das natürlich viele Faktoren haben, aber ein wichtiger Faktor ist, der Preis stimmt nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird nicht anerkannt durch deinen Kunden. Darüber musst du unbedingt nachdenken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird nicht anerkannt durch deinen Kunden.